ja hallo erst mal und herzlich willkommen zu gangster spielt minecraft der let's play in den sonne untergeht was bedeutet dass es hier wieder wieder dunkel wird ja ist ja gut ich komme herunter habt ihr angst im dunkeln ich dachte ich wäre das eventuell überträgt sich das vom wesen her so ihr wollt ihr mittels hochklettern die katzen das ist nichts für euch das lassen wir sein ist das jetzt irgendwie nur ein reminder an mich da ich noch einen katzenbaum machen muss ich habe doch gar nicht eingeladen kommt man doch auch du doch mal ab und das noch so einer die folge ist gerade angefangen und ihr macht schon wieder stunden wenn der vorteil katzen dabei da können doch zumindest keine creeper vorbeikommen das stimmt so nicht ganz das weißt du aus eigener erfahrung man denke an mickey blue eyes das war ein böse erwacht nein das wollen wir nicht also was machen wir wir lassen uns die katzen durch zwischen beide springen nein nein also nicht mittels und jungs kommen rein ihr kennt den weg oder wieso seid ihr nur zu zweit wo ist das kind wo ist das junge da 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 ist noch eine weiße katze ok komm mit das bitte keinen fremden rein macht die türe zu macht die türe doch eben kurz sind ich glaube eben selber darüber es ist ja eine katze wieder draußen die ist groß genug die weiß wie es geht kommt ich gehe mal eben kurz dahin wo was ist das denn jetzt wieder hier also so nicht meister bist du nicht mein eigenes bett kämpfen heißt dass wir brauchen mehr betten definitiv wir brauchen wir bitten ok hier oben wäre ja platz ich meine das ist ja nicht das problem aus dem hat hanabi gesagt dass ich den fischern auch neue wegbank hier setzen muss also die die jetzt keine fischer mehr sind lasst uns auch da mal eben schauen wie sie mit rütteln was auf die katzen bleiben hier wie einer liegt mit die andere wird sich dahin die dorthin das ist ja gut oder ich finde das ist sehr hervorragend noch betten guck mal wie viele ich kann sogar ein heißer bett mitnehmen wieder platz in den kisten dass ich die oben hier oben hin was soll der jetzt das ist meine sitzecke meine betecke aber ich bin ja hier noch und da noch und dort noch da kommen wir hier so platz ich finde dass sie jetzt ein bisschen lagermäßig aus oder so wie im vierienlager oder so vier einzig weg nach das symmetrisch so oder kriegt dann jede katze auch noch ein bett daneben das finde ich funktioniert jetzt ist die ganze genau im weg habe ich mir gedacht jetzt kann ich das bitte nicht inbauen gekommen bewegt sich mal ein zentimeter zur seite danke das ist mehr als ein zentimeter das hat gereicht ach so jetzt geht sie aufs bett bekommen dann sollst du auch aufs bett gehen ist natürlich jemals so wie man es möchte machen es nicht das ist ein katzen hotel okay so war das eigentlich nicht geplant aber eben nicht schlimm nicht schlimm das soll nicht unter problem sein jetzt gucken wir doch mal eben was wir die jungs drüben machen ich weiß ich brauche ich meine die können sich doch auf werkbänke teilen oder nicht muss ich wirklich für jeden dorfbewohner eine eigene bank habe ich glaube nicht immer noch arbeitslos sind die ehemaligen fischer jungs 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 volle hütte irgendein arbeitsloses gesündel dazwischen okay doch 1234 hier brauche ich auf jeden fall definitiv neue werkbänke was hätte ich gerne ich glaube noch so lesepult wenn ich schlecht oder vielleicht noch so ein stein mit ein komposter das wäre es doch ein komposter wir wollen auf jeden fall hier jungs durch hatte gerade wie einer mit durchgekommen das system funktioniert ehrlich gesagt auch die sachen gar nicht mehr so ein teil davon schon mal wegnehmen oder hier ist ja erst mal so weit als im grünen bereich das ist das mal eben so was habe ich gesagt und komposter hätte ich jetzt rennt mit man habt ihr nicht gerade noch im bett gelegen wieso müsst ihr jetzt hier rum rennen naja wie so versteht das nicht er hätte gerne kohle kohle müsste doch eigentlich genug haben oder mehr oder weniger komische ganze kohle blöcke hier noch ich muss allerdings mal eben kurz das leder wo habe ich das leder da oben jetzt nicht mehr ganz sicher da habe ich das leder nicht aber die hasenbote kann da rein ein paar sachen muss ich verschwinden lassen hier es ist zu voll das die metall ist zu voll ja warte mal das hier gehört ja eigentlich nicht hier rein das kann da rein das wird er hier oben rein da das natürlich hier der auch schon über wir hätten das fleisch weg geben können hätten wir tun können wenn wir gewusst hätten wo was hingehört mit dem leder da ist leder dann passt das da rein ein bisschen zu viel rum eine katze weniger um natürlich setzt sich dahin zwei katzen herum rennen dann kann ich mit dem meister hier noch mal eben sprechen hallo meister komm mal her ne neuling ja ist nicht schlimm dich bilden wir aus das soll nicht das problem sein war das das schon das war nicht genug dass die ausbildung muss noch ein bisschen mehr und noch einmal und noch einmal er ist immer noch neuling oder er hat geblubbert er hat neue sachen gelernt was hast du gelernt ein smaragd für eine eisenachs kann man an sich nicht meckern oder geht geht wo eisen wenn du überlegst du vier eisengräste 1 mark es ist jetzt natürlich dann doof da gehen dreist eine glocke glocke brauchen wir jetzt nicht aber so hat noch ein bisschen kohle das machen wir noch mit dem block den fangen wir auch eben um dann habe ich noch mehr kohle wenn nicht weg du sollst doch nicht immer ihr lehrling bleiben du willst weiter ausgebildet werden zu viel kohle ja komm meister fallen ja auch nicht vom himmel das ist so die kohle wieder dahin wir haben natürlich noch ein block wir hätten noch mehr aber wir brauchen ja auch noch ein bisschen was alles weg geben hier die würde ich ganz kurz auch eben dahin räumen wo sie hingehört und das ist die frage auf den stein mitnehmen wir müssen uns überlegen aus welchem material wir dass die die fundament platte und die bodenplatte von der sägewerk machen das eben rein und das kann auch eben hier bleiben so was kann man denn noch hier machen wir noch da habe ich noch ein pult das ist nicht schlecht dass immer mit noch eine steinsäge ist auch nicht schlecht geworden und wobei die können wir vielleicht auf der baustelle noch erstmal genutzen ein kessel da kommt der gerber kessel nehmen wir auch mit aber wir wollten doch noch so ein komposter wie geht die noch mal das war nicht gut das war gar nicht gut das sollte so nicht sein nein so nicht einer weg der muss weg dass ich ja durchgucken kriegs auch dass das war also nicht gewollt nein sofort wieder reparieren das ist das schöne an mein kopf man kann alles sofort wieder reparieren naja fast alles ich wollte jetzt mal eben das brauche ich das da mache ich jetzt mal holz raus stufen raus und aus den stufen ist habe ich zu sehen dann noch ein nicht so viel nicht alles gleich wieder verbrutzeln hier wenn ich das jetzt richtig habe müsste daraus kriegst du hast hat sie ein rezept gemerkt das kann ja gar nicht sein wer bist du was hast du mit kekse getan ok ich gehe auch mal eben kurz zu den jungs drucken die 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 drucken jetzt ist die frage hier ist ein bisschen den komposter setze ich einen komposter wirklich neben das bett das ist das ist nicht nett wir setzen einen komposter nicht nehmen dann können wir da noch mal so dann das daneben so und dann könnte inzwischen noch irgendwie was entstehen den komposter setzen wir nicht ganz so in die ecke so da kann er besser dran wie so dann sieht das so aus dass die art art schrank ja weiß ich noch nicht die jungs können sich jetzt neuen beruf aussehen müssen noch ein paar brote verteilen nein nein keine brote verteilen die hütte schon mal voll hier die ganzen betten sind schon belegt ich glaube hier passt ihr nicht mehr viel rein außerdem möchtest du ja noch ein sägewerk also ich meine das was man sie gemacht werden soll vielleicht solltest du vielleicht den weg hier hin das ist noch eine wilde katze es ist eine katze von den dorfbewohnern ist gar nicht unsere nicht schlimm so pass auf hier hätte ich gerne diese steinsäge hingesetzt wir machen das ordentlich jetzt und dann die steinsäge da drauf dann könnten wir ja auch die werkbank eben kurz auf seite setzen weil hier müssen ja noch gearbeitet werden das jetzt aber ich ist eigentlich wahrscheinlich bei meinem glück geht das mit einmal bitte einer die kiste einsammeln ich jetzt nicht kann dann muss ich anders tun so wird das nichts da ist die kiste okay ich wusste irgendwie wird es irgendwann klappt muss nur noch nicht wann so 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 dass die pfeile sollte ich hier behalten kriegst kann ich mal gleich ein paar schnabulieren das meintest du nicht ernst aber halt schon mal eben wollte ich nicht ein bett für mich behalten das paar pfeile einfach hier die kann ich auch dahin tun ich wollte tatsächlich ein bett für mich behalten damit ich ein reisebett habe was habe ich getan ich habe es wieder versaubeutelt geht zum bauernhof oder die ich da ein bett aufbauen ich glaube im lagerhaus brauche ich ein was ab ich mache mir neues das ist ich baue mir ein farbiges neues bin ich brauche kein weißes nimm eins ein farbiges wir haben doch noch farbige wohl oder sollte zumindest so sein diese brücke da wie gesagt ihr wolltest du auch noch verkleiden oder verschönern oder zumindest irgendwas vernünftiges raus machen was schmerzt hier so komisch ich dachte gerade ich hätte so ein schleimmonster gehört das ist ein zombie hier habe ich ja was ich hätte gerne so ein himmelblau bübchen blaues bett jetzt habe ich das ganze holz geworden nein 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 ich habe tatsächlich noch ein bisschen holz überbehalten guck mal da ist du hast da oben rein dann nehmen wir das mit mitnehmen ist natürlich jetzt eine gute sache hier schon recht dunkel das ist schon sehr dunkel hier ich glaube ich muss tatsächlich erst am nächsten samstag weitermachen ja so lange habe ich mich hier kurz aufs ohr ich hoffe ihr seid wieder dabei in diesem sinne schönen guten abnutzung niederrhein und schubs und ups bis dann ciao